Intel Büro PC hat sehr gut geeignet für Internet- und Büroanwendungen. Er hat Front-USB, Sound, All-in-One Karte-Lesegerät mit USB-Abschluss, Mitte-Ein-Und-Aus-Schalter und Research-Schalter. Er hat Multi-Dual-DV-Debrenner, 500GB SATA-Festplatte, 4GB DDR3-RAM, er hat genug Erweiterung-Möglichkeiten, 6-Bit-PCI-Express-Grafikerweiterung-Slot, weitere 8-Bit-PCI-Express-Slot, 2-Bit-PCI-Erweiterung-Slot und genügend SATA- und USB-Erweiterung-Steckwärts. Er hat hinten PS2-Anschlüsse, Seriell-Anschluss, Parallel-Anschluss, VG-Anschluss, 4x USB-Anschluss, 100.000Mbps LAN-Anschluss, 5.1-Sound-Anschluss. Er ist 24 Stunden lang, streng getestet, er ist sehr leise, er ist Windows 7, Home-Premium, mit allem Treiber voll installiert, er ist voll betriebsbreit, das heißt, Sie brauchen in Hause neue Strom anschließen, dann läuft es. Er hat 2-Jähr-Folge-Anti, 3-Jähr-Lang-Service, innerhalb 48-Stunden-Service. Beim dringenden Fälle haben wir auch innerhalb 12-Stunden-Service. Wir haben eigene Werkstatt, unsere Kunden haben die Möglichkeit, auch über die Schulter der Techniker zu schauen. Wir haben auch vor Ort Lieferungen, Vorführungen und Einrichtungen. CLS ist seit 19 Jahren Ihr Partner. CLS hat bester Service in Deutschland weit.